Musik Fußball wird immer mehr mobil konsumiert und wir sehen da in der mobilen Nutzung vor allem, dass vertikale Videos viel, viel besser angenommen werden als die herkömmlichen in 16 zu 9. Und deswegen ist es klar, dass wir uns damit beschäftigen müssen, was das bedeutet bei der Produktion von Spielbildern. Und deswegen sind wir heute hier und probieren das beim Spiel Wolfsburg gegen Bremen aus, um daraus zu lernen bei diesem Test, zum Beispiel wo die richtige Kameraposition ist. Schließlich gab es noch nie einen Test dieser Art, eine 9 zu 16 Broadcast-Produktion, dazu noch im UHD. Wir haben uns überlegt, wie wir das umsetzen können und wir haben jetzt hier heute fünf Kameras am Start, wo wir nicht einfach aus einem UHD-Bild ein 9 zu 16 rausstitchen, in dem Sinne, sondern wirklich gedrehte Kameras, sodass wir volle Auflösungen auf die späteren Handybildschirme übertragen können. Das Spannende ist, weil wir komplett umdenken müssen zu den normalen Gegebenheiten-Bedingungen in 16 zu 9. Alles ist jetzt ein bisschen enger. Wir haben dort mehr Luft, wo wir in 16 zu 9 weniger Luft haben, das heißt also nach oben und nach unten in der Bildinformation. Und somit müssen wir halt eben von vornherein mit den Einstellungen ein bisschen anders umgehen, als zu dem, was wir sonst gewohnt sind. Normalerweise machen wir das immer so, dass wir im Querformat schon so nicht alles in die Mitte setzen. Heute ist das ganz anders. Wir müssen alles genau mittig halten, um möglichst auch den Ball natürlich in der Mitte zu bekommen, damit der nicht verlieren wird. Für mich war das alles schlüssig, auch die Bildausschnitte. Wir müssen jetzt mal gucken, wie es dann auf dem Handy aussieht. Kompliment an alle, wie ihr das umgesetzt habt. Vielen Dank. Well, that was a lot of fun. Football as it's meant to be, but from a new perspective.